Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie einfach ihr ein Konto bei Better Donners eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite findet sich gleich die rote Schaltfläche Jetzt anmelden, auf die zuallererst geklickt werden muss. Im ersten Schritt werden persönliche Informationen wie der Name und die E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum abgefragt. Daraufhin muss die komplette Anschrift mit Handynummer angegeben werden und Kontaktinformationen zum Account, also das Passwort und auch der Benutzername muss ebenfalls hinzugefügt werden. Ganz wichtig ist dann noch, dass die AGB bestätigt wird und dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Damit die Anmeldung abgeschlossen wird, muss nun nur nochmal auf den Registrieren-Button geklickt werden. Nach dem ersten Login werdet ihr auch gleich in den Einzelungsbereich weitergeleitet. Hier stehen wirklich sehr viele Einzelungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Bereich Instant Banking, Debitkarten oder auch Kreditkarten, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, PaySafe-Karte, Banküberweisung. Hier stehen wirklich alle beliebigen Einzelungsarten zur Verfügung und können innerhalb von Sekunden ausgeführt werden, da die Buchung bis auf bei der Banküberweisung sofort vonstatten geht. Das große Casino-Angebot findet man dann in dem Menü Casino und ist auch nochmal sortiert nach verschiedenen Arten, wie zum Beispiel Videospiele, Tischspiele, Favoriten und vieles mehr. Besonders interessant ist aber auch noch das Live-Casino mit einem Livestream und Live-Dealern im Bereich zum Beispiel Roulette, Blackjack und auch noch einigen weiteren, wie zum Beispiel Poker. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angemonte mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!